Let's Play Silent Hill, Folge Nummer 14 bei Keinplan Gaming. Folge Nummer 16! Äh, nein, scheiße, 15! Ich dachte, 14 ist richtig. Nee, 15. Ah, 15, Folge Nummer 15. Egal. In der letzten Folge haben wir hier das Krankenhaus in der anderen Dimension oder so wahrscheinlich mehr weniger abgeschlossen. Und eigentlich wissen wir immer noch überhaupt nicht, was hier im Spiel abgeht. Ja? Also wirklich so gar nicht. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Nee. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, weiterzumachen. Wir suchen immer noch unsere Tochter Cheryl. Aber wir kennen dieses ganze Krankenhaus noch nicht im Normalzustand eigentlich, ne? Das Ding ist... Ja. Doch, im Normalzustand sind wir hier auch schon durchgelaufen. Da war einfach nur alles zu, alles verschlossen. Achso. Also, das übersprichend. Ähm, das Ding ist... Alle Informationen, die wir so kriegen, und wir kriegen das jetzt nur von dieser Dahlia Gillespie, die hat sich jetzt ja auch endlich vorgestellt. Ähm, alle Informationen, wir kriegen nichts davon, hilft uns unsere Tochter zu finden. Nö, das sowieso... Also, das Thema Tochter ist ja sowieso völlig im Hintergrund eigentlich, ne? Hier draußen waren die Hunden, das weiß ich noch. Genau, so ist es. Uns als Spieler interessiert, was da mit dieser Welt los ist. Aber unsere Spielfigur, die wir spielen, die interessiert es leider überhaupt nicht. Die will nur ihre Tochter finden. Das ist eigentlich eine ganz interessante Konstellation, oder? Ja, so werden wir aber beide nicht glücklich. Was ist das denn für ein Geräusch? Das ist ja voll creepy. Ja. So, wo ist der Antiquitätenladen denn? Siehst du irgendwas? Silent Hill Town Center? Warum ist der oben kreuz? Da oben steht Antique Center, glaube ich. Ja, stimmt. Antique Garden Inn oder so lese ich da draußen. Vielleicht müssen wir einfach nur klug sein und hier mal, ähm, gucken. Befindet sich ein Anhänger auf dem Namen? Look. Green Lion steht da drauf. Hat er sich das jetzt vielleicht auf die Karte eingetragen? Da, da steht's. Da oben hat er sich das jetzt hingeschrieben. Markus, ey, manchmal, ne? Da bin ich ganz schön schlau. Markus, ich dachte, wir haben... Vor ein paar Folgen haben wir noch gesagt, dass wir nicht schlau sind. Ja? Ja, und offensichtlich schlagen wir falsch. Ist doch in Ordnung. Ja, okay. Bei der nächsten Gelegenheit links abbiegen. Punkt. Ich habe Angst, dass wir... Punkt. Samstag war das Finale von, äh... Dings. Dschungelcamp. Larissa ist nur Zweite geworden. Äh... Ganz ehrlich, wer hat denn für Melanie angerufen? Markus, du machst dir ganz fein. Ja, nur weil die Mehrheit das war, ist mir egal. Ich lass mich hier nicht unterkriegen. Wenn ihr für Melanie angerufen habt, oder für sie sich wart, falls ihr es überhaupt geguckt habt, dann schreibt mir mal, warum. Ja, möchte ich ein gutes Argument machen. Sag mal, ist diese Musik, ist die richtig, oder ist das wie ein Fehler gerade? Ich bin unsicher. So, hier, ne? Ja. Haha, auf Anhieb gefunden. Sieht antik aus. Weißt du, irgendwie kann diese Musik nicht so ganz wichtig sein. So, Moment, ich muss kurz unseren Ton checken. Ja, ja, und so viel ist ja auch noch außer Atem. Und so Musik ist wieder richtig. Ja, also es ist weg. Komisch. Was war es für ein Geräusch? Also, aber hat sich eben besser ange... Also gruseliger angehört. Es war total strange, einfach nur. Also, das ist jetzt hier stehen geblieben. Solche Uhren sind immer Geheimgänge. Aber ich... Alte Videospiellogik Geheimgang. Macht sie mal auf. Kann ich nichts machen. Hier kann ich aber erstmal speichern. Ja, okay, dann gehen wir nicht in Geheimgang. Ich speichere hier erstmal. Dann machen wir es nicht. Speichern. Speichern. Ach man, Harry, speichern. Sag mal, sieht er das nicht, weil ich hier meine Lampe nicht anhabe? Vielleicht ist das so Videospiellogik. Tatsächlich. Er hat das nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen, aber ich. So, das heißt, kann ich jetzt auch die Lampe angucken. Och Mann, was ist das denn für eine Steuerung? So. Tatsächlich, jetzt geht das erst. Das ist eine Uhr. Nichts Besonderes. Oh. Mit dem Vogelkäfig im Krankenhaus haben wir auch nichts gemacht. Die habe ich auch nicht verstanden. Das würde mich jetzt ja nochmal interessieren. Was haben wir hier hinten? Der ist... Ist der verschoben worden? Ja. Ich weise darauf hin, dass jemand den Schrank verrückt hat. Wollen Sie in den Schrank verschieben? Ja. Ich hätte es hinter der Uhr versteckt. Das wäre so ein richtiger Geheimgang. Was ist das? Harry! Sybil? Ich bin froh, dass du okay bist. Ich sollte dich nicht verlassen. Dinge sind schlimmer als ich dachte. Es ist verrückt. Was machst du hier? Ich dachte, du hast die Stadt. Ich sah dich in hier. Also, ich folgte dich. Ich konnte nicht raus. All die Straßen aus der Stadt sind blockiert. Die Autos haben komplett verletzt. Die Telefon und die Radios sind auch immer raus. Was ist mit meiner Frau? Sie hat sie gesehen? Ich habe eine Frau gesehen. War es Cheryl? Ich habe nur eine Glimpse von ihr durch die Flüge gesehen. Ich ging nach ihr, aber sie verliebt. Ich weiß nicht über deine Frau, aber... Und sie hat sie einfach verlassen? Wo war es? Auf Bachmann Road. Sie ging nach dem Meer. Jetzt nicht mehr so excited. Es war nicht so, dass sie sich weggeflogen hat. Es gab keine Platz für sie zu gehen. Die Straße wurde verletziert. Was? Also, Cheryl... Es war wie sie auf der Flüge zu gehen. Hm? Was für dich? Was für dich? Ja. Ich habe diese Bizarre Frau gesehen. Sie ist Dahlia Gillespie. Sie kennen sie? Dahlia Gillespie. Nein. Und? Sie sagte etwas über die Stadt, die von der Schmutzung zu verletzieren. Die Schmutzung zu verletzieren. Das ist so ein Schmutz. Wie ist es das? Die Schmutzung zu verletzieren? Die Schmutzung zu verletzieren? Sie müssen auf die Drogen. Sie verkaufen sie zu den Touristen. Sie haben noch nicht die Schmutzung zu verletzieren. Die Schmutzung zu verletzieren. Die Schmutzung zu verletzieren. Und die Arzt ist verletziert. Was könnte die Drogen haben mit all das? Die Schmutzung zu verletzieren. Ich weiß wirklich nicht. Aber vielleicht ist es die Schmutzung, die sie sprach. Das ist alles, was ich denke. Hmm. Was ist das? Ich habe es gerade herausgefunden. Vielleicht gibt es etwas da hinten. Wir schauen uns. Schmutzung. Schmutzung. Wir wissen nicht, was da hinten ist. Ich muss es erst einmal schauen. Ich bin ein Schmutz. Ich muss gehen. Nein. Ich gehe. Okay. Ich werde dich von hierher entfernen. Bebeugierig. Wenn etwas schmutzig ist, zurück hier auf die Doppel. Okay. Sibyl? Ja? Sie wissen, was Sie über ... … 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 Es ist wie ein Kind eines Schlimmes. Was bist du? Ich bin nicht ganz sicher. Ich versuche es zu verstehen, aber dann mein Geist geht es blank. Alles ist schmerz da, und ich höre Siren in der Distanz. Ich habe diese Nurse, Lisa. Es ist wie ich da war, aber nicht wirklich. Es ist alles ein Blur. Wie eine Art Hallucination. Ich habe keine Ahnung, was du sprachst, Harry. Oh. Ich habe nur gefragt... Never mind. Harry. Du hast疲elt. Ja, vielleicht. Also, Markus. Ja. Der trifft einen Cop wieder. Ja. Normalen Menschen. Und erzählt von einer alten verrückten Frau statt von einer Eidechse, die man getötet hat. Oder zahlreichen Krankenschwestern, die man getötet hat. Mit einem Hammer. Mit einem Hammer, weil sie Würmer auf dem Rücken kleben haben. Ja. Oder diesen komischen Kaufmann, den er getroffen hat, der auch einen Monster abgeknallt hat und die Monster auch gesehen hat. Ja. Wie sie... Hat sie eigentlich schon die Monster gesehen? Nee, sie sagt ja, sie weiß nichts von der anderen Welt. Und Drogenhandel gibt es jetzt irgendwie auch noch. Ja, Drogenhandel gibt es jetzt auch noch. Die Polizei sucht Drogenhändler. Und dass das irgendwie dann mit was zu tun haben könnte. Vielleicht müssen wir dann nochmal zurück zur Polizeistation. Vielleicht finden wir da ja Informationen dazu, wenn sie da schon von spricht. Ja. Vielleicht die Tür jetzt auf. Letztes Mal konnten wir da aber nicht rein. Ja. Was ist das hier auch für ein langer, hoher Gang? Ich hatte nur ein schlechtes Gefühl dabei. Was ist das hier? Einer Art von Altar? Ich habe noch nie etwas wie das gesehen. Vielleicht ist das die andere Kirche. Also geht es jetzt auch noch hier Richtung Okkultismus. Oder wie? Hm. Was ist denn noch das Feuerzeug? Was die wohl für Ehren? Ah, mal gucken. Ne, hat er weggeschmissen danach. Ja, gut. Aber das hat er behalten. Das Video. Geh nochmal aufs Video. Aufs Video? Ja, ganz kurz nur. Achso, da steht nur, wo er es gefunden hat. So, was können wir denn jetzt hier wohl machen? Warte mal. Da geht es weiter, ne? Hier guckt er sich... Da kann man sich das angucken. Eine Axt. Die nehme ich mit. Aber ich glaube, mein Hammer ist besser, oder? Oh. Oh, und welches Schach? So, erstmal jetzt gucken, was wir hier vorne... Hier in der Mitte ist... Der Altar. Kann ich diese Flüssigkeit da rein machen? Ne. Hm. Kann ich den nutzen? Ne. Auch nicht. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Also hier ist ein Altar. Da bin ich reingekommen. Und hier geht's weiter. Okay. Schloss klemmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Kannst du die mit irgendeiner Sache öffnen? Ne, das macht er... Schlüssel benutzt er eigentlich immer automatisch. Stimmt. Okay. Können wir denn... Könnt ich das kaputt machen? Oh Gott. Ich glaub, das ist auch so... Kann ich's kaputt machen? Das ist auch... Die Waffe... Also die Axt ist auch ne Waffe. Mhm. Soll das vielleicht der Samael sein, von dem sie erzählt hat? Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das wird... Was der... Harry? Are you okay? Harry? Harry? Where am I? Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey. You don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure... Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kinda famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff. Black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. I'm sorry. I couldn't see you. This is the scariest day. Was that another dream? Did I pass out again? Vielen Dank. Vielen Dank. Und deswegen mischt sie die Drogen unter die Leute, damit die alle verrückt werden. Also offensichtlich hat sie ja was mit diesem Kult zu tun, sie hat den Schlüssel ja gegeben. Ja, ja. Und sie redet aus den Rätseln und sie kennt ja auch diesen Samael. Wahrscheinlich ist das ja irgendwie dieser Gott, von dem die Lisa jetzt eben erzählt hat. Also auf jeden Fall hat sie nichts mit der Kirche, sondern mit der Sekte zu tun. Ja. Und die erzählt uns nicht alles. Deswegen hat sie so diesen okkulten Würfel gegeben. Die ist dann wieder dieses okkulte Symbol auf dem Boden. Da hängen wieder diese... Ja. Und dann sind einige Leute gegangen. Der Ort wurde populär und man hat das sozusagen alles ein bisschen geheimer gemacht. Mhm. Und alle Leute, die mit der Stadtentwicklung zu tun hatten, wurden dann gestorben. Also wurden vielleicht von der Sekte umgebracht. Die Frage ist warum. Was will die Sekte eigentlich? Genau. Was wollen die arbeiten? Was ist deren Ziel? Und ihre Tochter, hat sie gesagt, ist angeblich beim Brand ums Leben gekommen. Jetzt wissen wir natürlich nicht... Die Tochter kennen wir noch nicht, ne? Das ist eben gesagt, ja. So, wir speichern hier nochmal eben schnell. Kennen wir nicht. Mhm. So. Und dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht und was wir uns sonst noch so alles zusammenspinnen, was den bisherigen Stand der Story angeht, das schwimmen uns in der nächsten Folge an. Deal. Bis dann. Ciao. Ciao.